Wir sind hier im Kössentestival 2019. Was denkst du über das Niveau vom Gleitschirmfliegen hier in Kössen? G'stochen mit dem Schild der Booth. So ein Hikenfly oder Streckenfliegen? So ein Streckenflug ist richtig toll, das muss ich sagen. Was denkst du heute über das Wetter? Gehts? Heute gehts hoch. Ich bin ganz süß. Ich bin ganz süß. Servus und herzlich willkommen zurück zum FliegerTV. Wow, cool! Da, Mayra, wie lange fliegen Sie schon? Das ist schon lange her. Äh, drei Monate? Ja, Ich bin sehr gespannt. Das ist das coole am Küsten hier, das ist unter den Top 5 von der Welt, haben wir gehört gestern, geht richtig ab, das gute ist die Strömung an der Linde. Warum hast du angefangen mit dem Fliegen? Ich war da früher an meinem Bauernhof in Basel Land. Das war so cool, da gab es einen Startplatz, da hatten es so viele Leute immer, die Gleitschimpflieger flogen ab, flogen ab. Ich will doch auch fliegen, fliegen wie ein Vogel, frei sein, die Welt spielen. Bessi, daneben ist auch vorbei. Was ist passiert Alex? Schau, so. Das wars vom Küsten Festival 2019. Wart ihr auch im Festival? Schreibt uns in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Festival? Ist es ein Suicide Kommando oder ist es einfach ein geiles Festival? Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. 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 Tschüss,